Sport verbindet, Sport begeistert. Sport prägt und aktiviert Menschen. Es hat sich viel getan in Niederösterreich, weil Niederösterreich viel getan hat. Positive Entwicklungen der letzten Jahre bilden eine solide Basis für die Zukunft. Ein weitgespanntes Sportnetzwerk ermöglicht einen intensiven Dialog zwischen allen gestaltenden Partnern und eine ausgeprägte Sportkultur, die auf zwei wesentlichen Säulen ruht. Der Bewegungskultur und der Leistungskultur. Die eine Säule steht für den Breitensport. Diese soll bis 2020 um 20 Prozent wachsen und damit den Anteil der sportlich aktiven Bevölkerung deutlich erhöhen. Der Spitzensport ist die zweite Säule, die eine tragende Funktion einnimmt. Um in den nächsten sechs Jahren die sportlichen Höchstleistungen weiter konsequent ausbauen zu können, wird der Fokus auf den niederösterreichischen Nachwuchsleistungssport gelegt. Die Erfolge im Nachwuchs sollen demnach um 20 Prozent erhöht werden. Sportland Niederösterreich setzt folgende Bausteine zusammen, um dieses ambitionierte Vorhaben in die Realität umzusetzen. Die finanzielle Unterstützung des Breiten- und Spitzensports als wichtige Grundlage. Eine effiziente Organisationsstruktur, die eine koordinierte Kommunikation und Teilung der Aufgaben zwischen den Kooperationspartnern bewirkt. Eine professionelle Medienarbeit, die den Stellenwert des Sports in Niederösterreich erhöht. Die Vernetzung und den Austausch von Wissen und Erfahrungen für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Eine adäquate Anzahl von Veranstaltungen für den Breiten- und den Spitzensport. Die qualitative und quantitative Förderung der Trainerinnen und Trainer im Sport zur Erhöhung der Sportkompetenz. Den bedarfsgerechten Ausbau und die Verbesserung der Nutzung der Sportinfrastruktur. Möglichkeiten und Anreize für Kinder und Jugendliche schaffen, als Basis für eine nachhaltige Spitzen- und Breitensportentwicklung. Die gezielte Talentefindung und Förderung zur optimalen Nutzung des vorhandenen Potenzials für den Spitzensport. Die individuelle Betreuung von Athletinnen und Athleten, besonders im Übergang vom Nachwuchs in die allgemeine Klasse und auch über das Karriereende hinaus. Und natürlich zur Steigerung der Sportmotivation in der Gesellschaft das Vermitteln der Freude an der Bewegung mit passenden Initiativen und Programmen. Die Kombination dieser Bausteine sichert den persönlichen Erfolg der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Breiten- und im Spitzensport. So eine ausgeprägte Sportkultur in der Zukunft. Sportland Niederösterreich. Bewegt, begeistert, gewinnt.